So Leute, heute der 6.3. hier in Limbach-Oberfrohnau und natürlich Autokurso angesagt. Sehr viele Autos schon vorhanden. Ja Leute, super, einfach super und Kaiserwetter heute. Ja, die bringen wir, die ganzen Fahrzeuge, die bringen wir hier auf die Straße. Ja, mal sehen, ob sie noch auf irgendwelche Gemeinheiten einfallen lassen, wie zum Beispiel, also gehupt werden darf nicht. Und eine Fahne außen am Auto angebracht ist auch verboten. Ja, das zum Thema Freiheit. So Leute, ich halte euch auf dem Laufenden, macht's schön gut, seid und bleibt natürlich immer schön patriotisch. Jetzt nochmal die Autos. Sehr schön, mit den Bildern möchte ich mich erstmal verabschieden. Bis dahin.